Also, glaub... Oh, hier ist irgendwo ein Science-Dings. Glaub nicht immer alles, was da steht. Das ist alles Quatsch. Echt mal. 100% wird abgegeben. Ich klicke immer die Nachrichten. Ich klicke immer Nachrichten bei WhatsApp. Wenn dann zum Beispiel die deutschen Nachrichten mal wieder nicht wissen, was sie schreiben sollen, dann schreiben sie... Gott, ich muss das Wasser da oben haben. Tastes cool. Dann schreiben sie... Dann machen wir mal wieder irgendwelche... Nutzkappen, ja. Nimm mal das. Die machen sie einfach wieder mal Nachrichten. Ja, Sizilien, Etna bricht aus. Die Insel geht unter. Und dabei sitzen wir alle hier unten im Café und gucken uns das Gurgel am vom Vulkan. Keinem interessiert das, weil das eigentlich andauernd ist. Der bricht andauernd aus. Das ist dann auch noch Bild und Fokus. Wenn die Flüten hier raus sind. Das ist doch kein Grund, wer denn da braucht ein Politiker oder bloß Russen und dann auf einmal neue Gesetze. Ah... Klopf, klopf. Was ist der? Der, versperrte. Ah, was war? Guck auf die Karte. Da musst du nicht durch. Oh, das war nett, danke. Seid alle von der Wien gegangen. Alles gut, brauche ich nicht. Ich hab... Oh, wir können Fritzen runterholen. Beste. Da ist auch noch was am Blatt. Ei. Keiner. Ne, ne, Staffank. Ich hab das schon verstanden, dass das irgendwie irgendwo irgendwie im Internet mal wieder steht. Irgend so ein Quatsch. Stimmt, die 6% sind 85. Also ich war halt 100, weil die zahlen alle an Dexortix. Jetzt muss ich das nicht sagen. Die anderen paar Prozent gehen an mich. Hallo, is there anybody in there? Hier geht's nicht rum. Oh, die ist zu drück, die Dose. Cool. Wollte schon immer in einer zu drückten Dose sein. Die laufen eigentlich gerade lang. Ja, hier geht's doch lang. Sonst wüsst du halt, wo wir dir nachher deine Eingeweide verkaufen. Wasserameisen. Wasserameisen. Geht doch bestimmt immer zu Hause zurück mit dir. Ja, genau. Die laufen eigentlich bestimmt hauen. Hauen, ne? Ah, hier ist der richtige Weg. Hier. Wähähähähäähähähähähäähähäähähähähähääh� jaar aligned. Puhähähähähäähäähähähäähähähähäähähähähähähäh Предprö Shadow Siello? Er ist voll sauer, dass wir den Ne, hier nicht. Sicher? Ne. Wir müssen nur eins weiter. Ach ihr seid nicht hinter mir. Es sind so geil. Es sind die besten Viecher im ganzen Spiel. Und man kann sie ziehen. Müssen wir eigentlich mal machen. Ja. Wir haben ja die Futtermaschinen, haben wir ja da. Oh, wie sehr ich Lust habe, gegen die schwarzen Ameisen zu kämpfen, nicht? Nicht? Ja, gut, dass du nachgezogen hast. Ich wollte schon gerade zuhauen. Oh, die sind... An sich sind sie ja gar nicht so ekelhaft, aber dadurch, dass die halt so viel Schaden aushalten. Du siehst ja, wie viel Leben die haben, wenn du draufguckst. Die haben mega viel Leben im Gegensatz zu normalen. Die Kellerasse ist aber noch schlimmer. Die Kellerasse... Kannst du dich noch erinnern, wie viel die Kellerasse hat da an Leben? Der ganze Bildschirm voll. Ja, der Liesenleister. Und den Ameisen hinterherlatschen. Jo, hier ist der Donut. Der kaputte Fernseher. Ich habe kein Dings mehr. Meine Fackel geht auch gleich aus. Ich habe nur eine in der Tasche, kann ich dir gleich geben. Hallo. Hallo? Oh. Oh, äh, angreifbar, also. Oh, die hängt, glaube ich, im Dingsfest. Die hängt im Gutsch. Die hängt auch im Dingsfest. Ha, ha. Aua, ha, ha, ha. Er hat mich gehaulen. Ist die es rausgekommen? Ja? Ja. Ist der Eingang. Oh, ho, ho, ho. Ich bin hier bei mir. Mama. Help me, I'm dying. Ach, um Gottes Willen. Hey, ich bin. Ah, warte, wir haben noch eine Fähigkeit, also ich habe eine Fähigkeit, wo ich mehr Schaden an Ameisen mache. Ja, Rex. Ja. Rex, Rex. Er war es und da. Merci. Habt ihr die vielleicht auch? Mehr Damage an Ameisen? Eeeh, nö. Geheiß. Doch. Kann sein. Ganz erste Leiste, vierte oder fünfte. Ahm, Eisen. Ameisenschaden, ja. Die Waffe ist noch da. Die Waffe ist überall. Die Waffe ist auch in Deutschland. Heißt nur anders. Wow. CDU. Ich habe Limits. Ach komm, Politik auf CDU oder nicht CDU ist alles Politik. Politik ist alles, alles. Wollen wir dann rein? Falsch. Ja. Rein da in die Olga. Wo seid ihr? Ich bin auch noch nicht verfackel. Oh, ich mache mal was Schönes. Ich habe nämlich ein Item, womit die Gegner ignorieren. Gefurzt? Ja, auf euch geschmissen. Jetzt stinken wir. Jetzt ignorieren uns die Käfer. Ach du, nicht ich. Ich auch nicht. Ich habe keinen Effekt. Du aber auch nicht. Du hast weder einen Dampfwölk oder sowas. Doch, er hatte gerade kurz was. Er hatte kurz was, ja. Eine Sekunde hält das. Er reicht doch. Ja gut, so weit ist die Strecke hin. Und ich bin auch der Meinung, so voll ist das hier gar nicht. Warum brauchen wir die Teile eh für die Rüstung? Ja. Ja, aber nein. Auf zum Mimimi. Ich habe nur ein fucking Deutsch, weil ich kein Minze habe. Nee, AfD nicht. AfD ist zu doof, um irgendwas zu organisieren. Selbst die Kleinen am meisten haben schon einen Ultra 411. Der Echt war das glaube ich, oder? Ja, immer den Karne. Ja, der Linke. Nee, du kommst doch hier auch hin. Nach dir. Ich finde die kleinen LEDs so lustig. Also LEDs. Sie ist. Ach du Kaffee, meinst du? Nein, ich hab die. Die sieht dich nicht. Äh, die, die kommt nicht zu dir rüber. Aber wir könnten die eigentlich immer trotzdem platz schießen. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde nur sagen, die zieht ja auch selbst mit der, ähm, linkserweise nur so ganz schön viel an. Wo ist das? Wink ihn um und nimmt seine Leiche. Oh Gott. Wo ist er? Äh. Boah, ich liege da gerade fünfmal fest. Auf die Ameise. Was war das denn? Was war das denn? Bäh, boah, bäh. Level, äh, den nächste A verweigert. Äh, Vorsicht noch, hier unten. Oh. Das ist echt nur böse, ey. Bitte, bitte, bitte. Ja, boah, hier überall sind's. Ach, hier sind, äh. Sind coole Tachen. Schnee-Riegels. Ich bin nicht hungry. Ich geb aber nicht irgendwie viel essen. Ich hab eben einen gegessen, der hat nicht mal ein Viertel gebracht. Ne, so viel bringen die nicht. Aber die, äh, wenigstens was zu essen. Hier ist wieder Robo. Hier, animo. Oh, ich find's lustig. Oh, das ist Bank. Hier sind Bandöchen. Bank. Hä? Backbank. Ah. Das? Das Geräusch hat jetzt auch dieses... T-Tinitus. Ah, das ist die Kamera hier oben. Wir werden die vielleicht gerade beobachtet. Extra T-Tinitus. Bitte? Das ist das Interessante. Das ist Science. Oh, das ist Science. Oh. Check, check. Was denn? Ach, an die Kiste können wir zusammen... ...unbelandet. Alles schon genommen? Nichts mehr drin, ne? Oh, die kannst du hier reinlegen. Oh, kann ich auch nicht. Leer, kann ich nicht mehr dran gehen in die Kiste. Also, ich kann's nicht hinschmeißen. Aber wir brauchen jetzt noch den Zugang zum Sektor B irgendwie. Ach, diese schwarzen Ameise, äh, dazu. Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Ne, ne, wir brauchen B. Komm, ist das denn? Also, wenn ich beim Bestehen, bist du gerade bei B? Ja. Oder da ist, geht's nach draußen? Ja, brauchen wir trotzdem. Müssen wir jetzt zu euch? Müssen wir jetzt hier runter? Ah, ne, ich weiß, wo wir hin müssen. Äh, der linke Weg. Access current, äh, 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 A. Bin nicht gerade auf dem Weg. Ihr könnt es euch auch einfacher machen und da oben einfach runterspringen. Ja, ich denke mal schon. Ja. Ne. Hallo, tschüss. Immer dieser Stone, der rennt immer vor. Ja, ja, ja. Was ich morgen streame, ich weiß es noch nicht. Ich werde vielleicht, vielleicht, morgen Biest auf Bermudas mal testen. Ich hab's mir heute mal gekauft, gab's im Angebot. Bermuda-Dreig. Hier sind rechts, rechts gab's auch noch ein Weg hier, Leute, ne? Hier vorne. Nein, da kommt ne Zoll. Ah. Ist nicht hier? Gang B. Hier ist ja B. Ja, wir brauchen aber A. Das hast du da, das ist ein Rapier? Ja. Geil, den will ich auch haben. Der ist ja mega schnell, weil der kann nämlich eine Hand, äh, äh. Ja, der beträubt vor allem noch. Das ist gut, weil ich hab keine Fackel dann immer. Meine Fackel zieh ich immer dann aus. Weg. Hier ist A. Wo ist A? Wo bist du? Bist du vor, vorgelaufen oder bist du raus? Ne, zurück. Aber hier ist nicht. Warte, äh. Frage, hier ist ein Weg hier rechts, dann sind wir da schon mal hergelaufen? Wir waren ja schon komplett durch, wo du überall hin konntest. Hat die nex hier drin? Keine Ahnung. Ich bin schon, bin schon lost, seitdem wir hier drin sind. Direkt reingelaufen, ne? Wo sind wir? Welches Jahr haben wir? Biat Lux! Was, Biat Lux? Biat Lux. Sag ich ja, Biat. Da hinten ist irgendwas. Was? Kann man sprengen? Eih, ja, und direkt rauf hier! Ich hab Quasen rum. Kann draußen rumlaufen. Manchmal hören sich die Ameisen an, als ob die Latex an hätten. Ja, dass so ein Bogen gespannt wird. Latex. Latex-Bogen. Das ist doch die Mitte. Der Hauptraum, oder nicht? Wir doch gerade hier. So, Kampf am Meisen. Zwei Kampf am Meisen. Ach, ihr seid ja auch schon anderen. Oh, Gott. Das ist ein Zwei, Mann! Ja, ja, ja. Ich hab keine Lichter, das ist doof. Warte, ich hab Licht. Äh, äh. Da ist noch, da ist eine dritte. Jetzt, jetzt, komm, hau drauf, hau drauf. 20 Sekunden noch. Ich komm nicht mal zu euch so schnell. Bei B einfach rechts rum. Ja, trotzdem war es schon mein Weg. Ich hab den Grave wieder hochgehungelt. Ja. Wo bist du eigentlich, Benni? Komm zurück, hab ich doch gerade gesagt. Ich bin wieder zurückgegangen. Ach, der ist schon rein. Hörgange. Da, wo bist du jetzt hin, Grave? Ist das der Ausgang, ne? Keine Ahnung, ich wollte nur vor der, vor der einen Ameisen. Das reinlaufen jetzt. Habt ihr da bei euch jetzt auch einen Eingang, oder was? Aber welcher Eingang ist das? Wann hier zumindest, ne? Ja, nie? Wir hatten mal hier auf Benni mal kurz. Ja. Oh, hier ist ein Schild drin. Kann ich das haben? Nein. Kannst du verklau ausmachen? Ja, gute Idee. Hallo Heiko, guten Abend. Ich bin nicht schlecht, als dein Moms Brussels sprouts. Kannst du verklau ausmachen, Dex? Ähm. Ja. Ich bin irgendwo drin. Ich wollte weglaufen, ich bin in das Loch gefallen. Lass das, lass das nicht. Kannst du wissen, dass du irgendwo drin bist. Oh, Minze! Minze! Oh, was war das? Was du gerade aufgehoben hast? Bei Minze. Eine ist ein Ameisen-Omblett. Das andere sind irgendwelche Pfeile. DE 973-Items. Dann noch ein Krähefeder. Ja. Also, ja. Ich brauch's mal. Sollen wir da dahin sehen, wo Benni ist? Ja, wir müssen ja sowieso dahin. Wir müssen essen den Latex-Ameisen vorbei. Ja, die hauen wir oben jetzt. Wo sind sie? Hast du noch was zum Verbinden? Hast du nicht mehr? Ich hab doch ganz viel. Boah, hier ist voll viel Essen. Super Kekes-Sandwich. Super Kekes-Sandwich. Brauchst du wahr? Gauert. Geht doch. Jetzt müssen wir nur wissen, wo der Benni ist überhaupt. Ich weiß, wo er. Hier hoch. Geht zurück. Und dann einfach, müsst ihr euch umgucken. Da ist eine Tür mit A. Oh, hier war Quatsch. Ich will. Aber zwei Kampfe am Meisen. Einfach weiter. Jetzt können wir kurz hier reinleuchten. Oh, Bomben. Ah, Benni bräuchten wir. Dahinter ist nämlich die Truhe. Ja. Ja, da können wir doch noch mal hin. Oder warte mal. Freedom, holl ich hin. Komm, dann gehen wir jetzt noch zu Benni. Okay, ich gehe erstmal zurück. Auf, King Benni. Hm, wo ist die Science nur? Keine Ausdauer mehr. So geht die Ausdauer ziemlich schnell hoch. Das finde ich ganz gut. Geht ja wirklich rasend schnell hoch. Da bin ich mit der Mutation auch drin, aus der Ausdauer-Regulation. Dann in den Loch da oben. Der Benni ist hier nicht gewesen. Ich habe keine Ahnung. Da unten ist Benni. Hier kommt dieser rein. Da ist nur ein einziger A-Eingang. Und da ist ein großes Loch in der Mitte. Ach, hier ist er doch. Dann musst du in das Loch. Dann müsst ihr gucken. Da ist hier so ein kleiner Eingang. Kleine Lüge. Hallo. Hier. Sauber. Platz zu essen brauchst. Da. Ich habe genug zu essen. Wer hat Atem ge... What? Benni, hast du hier oben was getroppt, oder was? Ja, mein Name wird taubere Fallen. Braucht jemand reinzufällig noch Bandagen? Irgendwie war der wegen Bandagen geschrien. Man könnte hier auch... Schlafen? Naja, ich würde hier kein Safe-Band nehmen. Oh, ich habe nur noch zwei Bandagen. Wo ist denn meine ganzen Bandagen hin? Echt? So schnell viele... So viele. Mal mit. Ob es einnehmen. Was du das entdeckt hast, das haben wir sogar schon in der Kiste. Wir können ja trotzdem mal schlafen gehen, glaube ich, oder? Gibt es... Boi. Glauben wir hier schlafen gehen? Nee, da verlieren wir bloß Essen. Ich glaube, da verlieren wir bloß Essen. Alter Schweden, das ist alle schnell, ey. Da verlieren wir bloß Essen und Durst. Das gibt uns, glaube ich, so genick, wenn wir schlafen. Uuuh. Ja. Hm. 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 Also wenn du die... Wenn du die komplette Rüstung hast, bist du dann noch schneller. Ah, hier ist eigentlich ein B. Festgepackt. Ach, hier sind wir jetzt. Sag, 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 sag. Weiß. Wir haben das jetzt... Wie habt ihr das jetzt aufgemacht, die Tür jetzt hier? Oder war die schon aufgemacht? Hier ist ein, äh, PC. Access Quaint. Ah, okay, okay. Ich dachte, weil ich den nicht antatschen konnte. Dachte, das wäre... Jetzt sind wir nämlich bei dem B-Ausgang. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zurück. Warte, 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 stopp, 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 stopp. Benni, komm mal mit. Wenn da jetzt 50 Arbeiten sind, dann gehe ich wieder. Ja, ja. Hierher. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Gut, zieh her. Okay, eigentlich wieder am Wachend, äh. Nee, bei Eichelbrocken hätte ich noch kein Problem. Hätte jetzt jemand gesagt, ich habe eine Eichelkäse. Eins weiter rechts. Einen Eichelkäse dabei. Dann bin ich nicht, dann wäre ich weg. Da, eine Bombe. Da guckt der Access rein und nimmt sich das Zeug. Bum 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 Genie se, eh oh Se, eh oh Ach der Schiss da Ey ich dachte das wäre jetzt irgendwie Dann können die Arbeiter hinter euch Ich muss dich wieder warn die irgendwo Ja Latex-Handels Oh je je je. Geht hier rechts noch mehr? Warte, Vorsicht kurz. Nehmen wir mal wirklich nach rechts. Rote Ameisen und schwarze Natix an so. Vorsicht, wir sollten gehen, Alex. Ich wollte eigentlich eher das Labor erkunden. Da ist es wenigstens sicher, da ist der Roboter. Die Helden sind auch Labore. Ja genau, auf der anderen Seite waren wir ja nicht überall gewesen. Ja wir können ja erstmal das eine, was wir wissen, wo es noch ist, machen. Ja, im Hinzen zum Hauptgang. Der Haupthauptgang und da unten rechts war noch ein kleiner Eingang. Der war rot. Das war B-Eingang. Haben wir jetzt alle Bs geöffnet glaube ich, ne? Ja ja. Ja dann ist es richtig. Einmal zum Haupteingang. Da wo wir, wenn wir reinkommen. Ja ja, da ist ein B-Eingang. Ich glaube der B-Eingang, der geht nur noch rein und raus durch das Labor. Weißt du den da vorne, oder? Äh, ja das ist er. Genau das ist der. Ne, das ist er. Doch ist er wohl, das ist er, ja. Ja, das ist aber nicht der, wo wir rauskommen. Nochmal komplett Andauer, der führt weiter. Ach, reingung. Aber wie, wie schafft er es, diese ganze Zeug hier runter zu bringen? Daher! Komm! B-Bombebombe! Oh! Boom! B-Bombe hast du, Ben? Hartsch! Eine noch. Äh, hier sind Pilze. Neue Pilze. Ja, wir sind heute mal ganz gleich. Ein rotensack! Guck mal von da, das sieht so wie bei mir aus. Guck mal von da, das sieht so aus. Guck mal von da, das sieht so aus. Ja die sind schön belzig. Die sind ja hier gekommen. Von hier an den vin gekommen. Das sah halt da nochmal wirklich so aus. Lass mal antatschen. Lass mal antatschen. Oh ja die sind schön belzig. Ja hier ist nichts mehr. doch hier geht es noch was das ist ein goldner mula aber was die rabe habe gehört gehört über uns wir müssen jetzt aufpassen dass wir jetzt nicht wirklich sofort alles weg schießen wir haben jetzt noch eine bombe das müssen wir ganz kurz gucken ob wir da vielleicht irgendwo in der tür vielleicht noch mit öffnen müssen block die block die block die das wird zu heftig ich habe mich auf und dann rennen wir einfach weg die geht es hoch im labor oder ist so eine kuppel das muss ich sprengen das muss ich sprengen ich habe eine spinne hier bei mir eine spinne in der ameise baby vorsicht lauf jetzt weg lauf weg oh 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 nein ja ich hasse nicht mehr von der zeit du kannst vielleicht nur noch mich aufheben doch weiß nicht für die anderen mal gucken guck mal wie die zeit ist die ameisen haben wir keine chance kannst du vergessen schütze da haben wir keine chance gehen die sind viel zu stark wo kommen wir denn jetzt da rein wir haben noch eine gasmaske auf wir haben noch eine drinnen liegen und eine können wir eventuell noch basteln wir basteln nicht auf meine hände in die richtung ich fühle mich jetzt ein bisschen weniger squischt die sind halt einfach zu hart die sind heftig ich habe noch eine das ist schon losgelaufen ne einer fehlt noch ja ich bin anderen speicherpunkt ach so hast du immer noch den richtigen speicherpunkt genommen ja ich vergesse es jedes Mal hätten wir jetzt in den labor einen speicherpunkt gesetzt ja hm dann hast du den speicherpunkt und dann brauchst du ihn nicht ja es wäre glaube ich immer besser das zu machen allerdings ja hätt mal einmal aufbänden wieso hört ihr auf mich gehört das war Dexter eigentlich die ja die machen wir jetzt platt ne die machen wir nicht platt die sind viel zu stark dafür müssen wir glaube ich erst unsere Rüstung aufbänden es ging auch schon Spaß drum dass du gesagt hast wir gehen hier nicht die Betten nehmen zum schlafen zum speichern nein das habe ich nicht gesagt ich hab nur gesagt nicht schlafen weil das schlafen uns hunger und äh wasser gekostet hätte das hätte uns nichts gebracht spawnpunkter setzen hätten wir machen können das ist eigentlich schlimm aber vielleicht gehen wir auch erst rein und setzen da den spawnpunkt bevor wir jetzt darin sterben und wieder die wir brauchen hey there buddy what's up i was talking to the antpeed oh i need a i was talking to the antpeed i was talking to the antpeed ja die bomben haben einen ganz schön hohen radius wo bist du denn da hinten ja ich lauf einfach schnell zum solchen gebiet wie dann auf den stein oben drauf ja ich muss trotzdem zu dir laufen doch eh am stein vorbei vorbei guten abend ne du kannst auch einfach einen anderen weg gehen der da ist voll lang der hat eine artilleriefeuer gebetriegt alter alter das der hat eine artilleriefeuer gebetriegt der hat eine artilleriefeuer gebetriegt bist du tot oder schläfst du du bist tot ein bombardierkäfer der tot ist ich glaube das war der marienkäfer der das artilleriefeuer macht oh nein oh nein in den arsch hier rüber du kannst unterwegs jetzt los ähm ok ich muss aufm stein hoch was haben die halt da Junge denkt doch mal ein an die kleinen menschen die in euren garten umlaufen wollen ganz bequem nicht müssen ihr ist voll die umwege nehmen ich finde sowas diskriminieren auaap auaap wie spinne auaap okay das bockenschlag hilfe hilfe ih hilfe 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 helfe fack wo bin ich hier oh fack was dom wir kommen hier wieder raus hä Ich hab grad keine Fliege, die meine Waffe gepoppt hat. Fuck, wie komm ich hier wieder raus? Hä? Flucht reingefallen. Ja. Da könnten wir jetzt diesen... Oh. Wir sollten hier weg. Wir können noch ein länger warten. Ich will jetzt nur die scheiß Maske geben, sonst kommt er eigentlich nicht weiter. Oh. Oh, hier. Sammeln jetzt einfach die Kackmaske hier auf. Äh. Nimm die... Und... Keine Ahnung. Setz dich schnell auf. Ne, gar nichts. Ach, Mann, ey. Was für ein Kotze. Ach, kein Wunder. Nee, brauchst du nicht helfen. Da gibt's nix zum helfen. Da gibt's nix zum helfen. Du bist in der Schlucht, kommst du gar nicht mehr raus. Ganz ehrlich. Das ist voll der Scheiß da unten. Man sieht auch gar nichts. Ja, das ist übel. Da war ich auch schon mal drin, aber es gibt nen Weg raus. Gasmaske sehe ich gerade nur noch ein Viertel. Ja. Also wir müssen uns beeilen. Der Weg ist auch voll weit. Oh. Ich kann da nicht hin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. Was blöd ist, man sieht den ganzen Nebel nicht. Ich bin in diese Schlucht reingefallen. Da springt sie gleich. Auf. Auf, Benni. Das war knapp. Hast du da noch ne Gasmuskodex? Ja. Ah. 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 Oh, Umi. Ich könnte die Lärme. Hätte ich abbauen können mit nem Schaufel, aber das ist zu hoch. Wir können uns halt nicht so viel Zeit lassen, das ist das Problem. Schhhh. Wir können halt leider nicht aufregs warm. Uuuuh. Ameisenbaum mit vollen bösen Ameisen. Und keine Ausdauer. Ach, hier hört's Gas erstmal auf. Oh, Gott sei Dank. Ich find den Weg nicht. Ich weiß nicht, wie ich genau zu euch komme. Einfach an den Rand des Schlüsse. Der Tisch ist vorbei. Am Rand des was? Tisch? Ja. Der Riechentisch da hinten. Parkbank. Parkbank. Ja. Der Riechentisch. Der Riechentisch. Der Riechentisch. Der Riechentisch. Der Riechentisch. Der Riechentisch. Nee, meine Gasmaske ist gleich kaputt. Aaaah, reparieren sie das. Wir können halt nicht mal mehr eine bauen. Ach, schaade. Nee. Warte, ich mach mal was. Ist alles schon da? Hab mir Temperatur zur Safe-Mount hier gesetzt. Guck mal. Ganz da sind wir noch nicht. Shit, ey. Voll der Kackweg hier. Könnt ihr rein, du, du deckst jetzt mal eine Gasmaske bringen. Weil hier würde ich ja wieder gespawnt werden. Das heißt... Aber du brauchst noch eine Gasmaske da zum Teil. Äh, Benni. Komm, guck mal hier, was ich gefunden habe. Wo denn? Der Assel. Ja. Die haben wir schon mal gesehen. Wart mal. Nein. Nein. Die hat mehr Leben als drei Marienkäfer gleichzeitig. Oh. Was machen? Kannst es gerne probieren. Ich halte dich nicht auf. Wenn du sterben möchtest, möchtest du sterben. Ist halt so. Da... Da möchte ich nicht... Führe die Angst in deiner Stimme, wenn du... Was heißt Angst? Ich hab ne fucking Armbrust mit einem Schuss. Angst ist einfach nur Gleichgültigkeit. Ich hab... Ich hab fucking... Einen Schuss mit meiner Armbrust. Was soll ich da machen? Soll ich die antworten danach, oder? Ja. Heißt du? Explodieren. Nee, eben nicht, Alter. Ich hab die Fliege grad bestimmt 40 mal geschlagen. Und da ist nichts explodiert. Halt nicht wirklich gewohnt. Das ist aber auch neu, ne? Hier... Dass man hier unter dieser... Unter die Terrasse unten drunter... Oder das ganze Holz laufen kann, ne? Bibi? Ah, du bist ja fast da, Dex. Ja. Äh... Ja, wir müssen kurz warten auf Dex. Hier verbrauchen wir uns. Kann ich gleich so ne schwarze Ameise vorbeikommen? Nee... Die Arbeit... Äh... Die... Die Krieger haben wir es noch nicht. Er ist ein Donut. Er ist ein Donut. Könnt ihr. Ich hab keine Axt. Äh... Scheiße. Hallo. Auf Dex. Auf Dexen. Geht's um Eingang schon mal. Kann los. Ist das hier als angekommen? Nöööööö. Weil ich bin ja jetzt einmal gestorben und bin nochmal gelaufen. Ich bin übrigens in so ne Schlucht gefallen und da hab dann so ein Siren, äh... Sirens... Dings wumms. 500. Äh... Ert auch schon wieder dunkel. Wie, wie, wie. Ja, meine Maske ist... Wunderlich ist das verfault, ja. Meine Maske. Jetzt kaputt ist. Ja. Das war's. Ja, wenn du Glück hast... Ne, dort. Ich kann dich halt nicht mal hochheben. Also doch, ich kann dich hochheben, aber... Ich glaube, ich zwei Meter raus. Ja doch, immer wieder hochheben, bis er ganz draußen ist. Ne, falsche Richtung. Ne, das schaffe ich doch nicht, bis da rein. Doch, klar. Das geht gar nicht so weit, das ist doch nur der Donut. Wenn du den kaputt hast, den Donut, dann ist doch das Gas weg. Thanks, buddy. Aber ich habe keine Angst. Guck hier, hier hört es schon wieder auf. Ja? Schon wieder im selten Bereich. Ja, okay. Ja, aber der Schaden zieht dir ein Stückchen nach. Müssen wir hier runter? Ich weiß, ich kenne den Weg gerade nicht mehr. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Hier ist der Fernseher. Oh Gott. Irgendwas ist... Ja, die große Ameise ist wie in dem Dings drin. Vorsicht, Dicks am Rand. Da liegt eine Wurst. Ja, hier. Einfach hier am Rand halten. Und hier oben ist der Eingang. So, der ist schon mal drin. Ja, ich, ich. Das wird jetzt schön, wir haben keine Fackel. Wow. Ja, musste jetzt auch so durch, ne? Augenkrebs. Aber ich habe auch kein Leben, ich habe nur einen kleinen Fitzel. Und es müsste eigentlich relativ viel Licht sein, auch von diesem... Ja, ja, also hier am Anfang ist jetzt nicht so viel. Los, weiter, Dex. Ja, ich mache gerade mal ne Pause. Mein Ausdauer ist auch zu der FC Pro, mein Essen. Hier runter. Ich muss mich aufpassen, ich darf keinen Schaden bekommen. Ja, ich warte jetzt hier auf euch. Jetzt genau bei den Eingang zu den Ameisen. War nicht hier erst noch einen Speicherpunkt jetzt? Nee, es war nicht hier. War das nicht hier? Halt, warte. Hier war es lang, ne? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du hier einen setzen? Nee. Ich glaube nicht, wir können ja mal gucken. Da war, glaube ich, hier drin, dann. Ja, hier oben könnte sein. Ja, ihr müsst nachher hier oben gehen, in den A-Punkt. Ja, hier ist auch hier. Hier war es, ja. Oh, wir sind immer so. Spawn-Punkt-Sätze. Ja. Haben wir Kiste hier schon? Ja, ne? Ja. Die Türen sind da jetzt offen, so. Das brauchen wir ja nicht mehr. Wo mein? So, jetzt hier. Los, auf zu unseren Taschen. 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 Ist ja nur an sich schnell schnappen und dann... Einer läuft gerade aus, einer läuft gerade links. Ich bin mir gerade unsicher, wo das war. Aber ich habe auch nur nach Hälfte aus, da wegen meinem Hunger. Hake. Unterwegs mit Pilzen mitgenommen. Ne, Taschen schnappen und dann rein da in das Glas kaputt. Das stimmt, hier war das gleich. Da müsst ihr mal ein paar Sachen ausleeren, wenn ihr was habt. Ich habe nichts, ich habe nur einen Standort. Das Lustige ist, das Spiel nimmt nämlich nicht die wichtigen Sachen mit. Das macht einfach so random alles rein. Ausdauer tanken alle hier nochmal. Ja, du kannst schon bis zum Rand gehen von dem Raum. Ja. Das sagt denen, die Ameisen sagen aber an Höhe. Das sagt denen, die Ameisen sagen aber an Höhe. Nee, an Höhe. X hat recht. Wuhu. Oh, ich habe es geschafft. Hast du noch Verband? Ich habe meine Sachen nicht aufheben können, ne? Ja, komm mal her, komm her. I've had worse, I guess. Dankeschön. Ich muss aber irgendwie... Ich muss da irgendwie mal ganz los zu meinen Sachen ran. Ja, Sekunde. Ähm. Ich habe so ein Gefühl, das geht hier gleich alles an auf einmal. Ja. Ja, in der Mitte des Tieres. Ich muss mal ganz was mitzuschießen. Habt ihr was zum Kämpfen? Ich krieg das nicht. Ich habe... Du musst... Ja, aber... Ja, wir... Ich will erst mal. Ich will hier erst mal kurz... Kurz ruf. Das ist doch nicht meine Tasche. Doch, muss. Meine Leine. Oh, jetzt geht's doch. Okay, reicht. So, brauchst du mehr. Ja, ich muss aber mein restliches Zeug noch zu holen. Ach so. Bahn, ich krieg's nicht richtig. Ach, das ist kaputt. Meine ganze Rüstung. Äw. Ja, die hättest du auch noch an. Alter, wie viele die nicht aushalten. Wir haben eine Gamma empfangen. Bisschen überhälftet. Ja, eine ist fast tot. Warte zurück. Okay, ab. Äh. I'm famished. Isst was, sonst stirbst du auch noch. Ich hab keine Pfeile mehr, was? Ich hab... Okay, Text. Hier, komm her. Kriegst du von mir, komm her. Ich stelle mich direkt... Da reicht schon. Warum? Warte, 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 warte. Warte, jetzt kurz. Staffak, dankeschön. Sekund dir 100 Messe nach Dex und Chat. Oh, zum Glück kommt ihr nicht rein. Danke dir. So könnte ich einmal noch ganz viel Schokolade essen. Warte. Ja, dann drück mal ein Knüppel. Take that vampires! You know, bugs and spiders and stuff. What the freaking hell? Teure den Assistant Manager. Oh, ähm, äh, da ist ein... Oh mein Gott, hat der viel den Knicks? Ja, ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht kämpfen. Hat jemand meinen Hammer? Nein. Ich hab keinen Hammer. Ich kann nicht kämpfen. Mein Hammer ist draußen. Da musst du auch kämpfen. Ach, du kalt! Wir kommen hier nicht mehr raus. Nee, der muss rausgehen. Ich schieße, Pfeile schießen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Wir müssen auf diesen Kugeln jetzt achten. Ich bin durch hinter diesen Säulen, dann packen wir die. Oh nein! Oh, der holt neue Leute. Was? Hilfe! Hilfe! Verpasst du mich? Äh, äh. Einfach hinter die Säulen stehen. Boah, ey. Du kleiner Drecks-Roboter. Cooler Fight. Aber super. Ich bin hier nicht mitgerechnet. Alter. Alter, die Scheiße. Riga-Rena-Fight. Wow. Hätte mir nicht nie mitgerechnet, dass das... Oh, shit! Wir heben euch so hoch. Jetzt. Oh! Boah! Übelst du! Habt ihr eine Nahkampfwaffe vielleicht reinzufällig zu viel? Cans, boah! Ja... Machen wir es da. Mach' ich hab den... Ich kann dir die Axt ziehen... Ich nais, was? Ach, ich hab... Ich hab'着 believing mein... Ich warte, was habe ich hier müssen, mein есть. Also, du musst einfach nur hinter den Säulen stehen, ja? Ja. Äuter. Ne, nen, das schaffste ned. Ich hab nur 1 mm Leben. 1 mm. Brauchst du das ne Bandage? Ja, ich hab keine mehr. Oh, das war knapp gerade. Wer ist das gewesen? Benni? Habt ihr gerade ne Scheitel geschossen? Ja, kein Stück. Hast du ne Waffen? Vorsicht, Vorsicht, Laser, Laser, Laser! Ich wette, die äußeren Dinger werden auch... Der ist geil! Oh nein, 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 nein. Verdeckst du, das ist nicht mal richtig. Da müssen wir die Posten. Ne, du kannst hier... Der hat mich getroffen. Warum hat der mich getroffen? Boah. Ich geh auf die Elfte. Vorsicht, Laser. Das sind noch die kleinen. Richtig. Genial gemacht. Ihr könnt doch einfach von den Unterten drüber springen und dann den Anderen euch drucken. Boah, der Roboter, ich konnte mich hier nicht heilen. Der ist genau, was ich möge. Achtung, Laser. Okay, kann mir aber helfen. Ja. Boah, der kann drüber drüber. Hier ist wirklich. Alter, Verwalter! Ich hab noch einen AP. Vorsicht, Gefang. Oh Gott! Der ist trotzdem! Was, der kommt jetzt? Was muss denn das machen? Was muss denn das machen? Hallo. Kannst du mal aufhören? Hey, sag mir. Jetzt. Jetzt kommt der natürlich auch mal hierher. Jetzt kommt der natürlich auch mal hierher. Oh Gott. Ja. 10 Sekunden hab ich noch. So viel auf einmal? 2, 3, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, Ja! Nein! Nein! Ich hab in dem Moment Schaden bekommen. Gravy, geh runter! Andere Seite! Äh. Das ist heftig. Aber das ist ein bisschen heftig. Man hat ja gar keine Sekunde Pause. Wenn wir alle sterben, können wir da wieder rein? Ich vermute. Dann sind unsere Waffen alle Schrott und die ganze Position weg. Ah, fuck. Ja! 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 Ja!